Der Epson C7500 aus der Industrieklasse bietet die Kombination aus robustem Design und aktueller Epson Inkjet-Technologie mit einer herausragenden Leistung, auf die in industriellen Umgebungen stets Verlass ist. Hierbei steht die Epson Precision Core Druckkopf-Technologie für eine extrem hohe Druckgeschwindigkeit bei gleichzeitig unschlagbarer Wildqualität. Die Epson C7500 Serie bietet Modelle mit einer Druckbreite bis 104 mm und mit einer Druckgeschwindigkeit bis 300 mm pro Sekunde bei einer maximalen Auflösung von 600 x 1200 dpi an. Hervorzuheben ist hier das extrem hohe Druckvolumen von bis zu 5000 Etiketten täglich. Auch die vier großen Tintentanks mit jeweils 300 Milliliter Inhalt sind in dieser Klasse sehr besonders. Auch verfügt dieses Gerät über eine integrierte Autocutter-Funktion.